Endlich stiegen aus Dunkelheit, Ferne und Geheimnis weiche, reine Töne auf. Ich habe einen Siegesmund, ein Weltenritt, Weltenritt, der genialste Verführer, den Deutschland gekannt hat. Wo ich nicht bin, da ist der Tod. Das Werk des Meisters ist das Weltwerk hier. Wir müssten es in die Zukunft tragen, bis in alle Ewigkeit. Da kann ich noch beim Besten wehren, auf dem wir hier keinen Rücksicht nehmen. Ein Streifen von 150 Kilometer Länge verwandelte sich von einer Kulturlandschaft zum Öland. Alles, was besteht aus unserem Leben, das ist das ewige Gesetz der Natur. Und ich, die ewig Zerschlügung, vollführe das Gesetz und schaffe das ewig junge Leben.